Du suchst nach dem Code für das perfekte Leben? Den kennen wir leider auch nicht. Aber hier bei Tech Academy lernst du alles rund um die Themen Data Science und Web Development und das sogar kostenlos. Egal was du studierst und wie viel Ahnung von Digitalisierung du bereits hast, du bist bei uns willkommen. Wir bieten dir einen leichten Einstieg ins Programmieren, eine interdisziplinäre und motivierte Community und Einblicke in reale digitale Herausforderungen in der Wirtschaft und Wissenschaft. So bereiten wir dich auf deine digitale Zukunft vor. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Vielleicht hast du gerade den Code für deine digitale Zukunft gefunden. Hallo und herzlich willkommen zum Einführungsvideo zu GT Estimate. Schnell und einfach in vier Schritten. Erstens, Aktivierung und Setup. Zweitens, die Fahrzeugidentifikation. Drittens, die grafische Schadenerfassung. Und viertens, die Kalkulation. Schritt 1, Aktivierung und Setup. Zu Beginn erhältst du zwei E-Mails, eine mit deiner Kunden- und Benutzer-ID und eine mit dem Aktivierungslink zum Setzen deines Passwortes. Falls du mit einem unserer DMS-Partner arbeitest, kannst du dort für einen optimalen Workflow deine Zugangsdaten hinterlegen. Und primär nur Schritt 3, die grafische Schadenerfassung über GT Estimate direkt aus deinem DMS durchführen. Hier schauen wir uns zunächst die Standalone-Variante von GT Estimate an.